Jetzt kommen die Jungs langsam. Die sind verspätet um halb vier auf dem Salam. Aber wir wollen das sehen. Bradley ist auch im Kader, alles gut. Manu auch. Morgen Bagger, alles gut? Für den Morgen alles Gute, Jungs. Jetzt haben wir da auch noch an hier. Ich will sie mal auf die Linse kriegen hier. Die kommen aber bitte langsam. Die haben wohl noch Geburtstag gefeiert mit Merlin. Die beiden und der andere ist ein guter. Der wird ein ganz großer. Der wird ein ganz großer. Da bin ich von ihm ja zu ruhig. Jetzt haben wir die beiden Jungs hier. Auch gute, gute Jungs. 100 Prozent nicht. Ja, natürlich. Ja, tun die, tun die. Toni macht das schon. Simon auch. Morgen Jungs. Klaus, alles gut? Ja, Klaus ist... Jetzt kommt unser Jerry. Und heute alles Gute, alles Lach, alles Freude. Alles Gute, alles Gute. So ist das richtig. Jetzt kommen die Jungs langsam an hier. Jetzt geht das los, Sven da auch. Svenny. Svenny, alles Gute vom Montag? Moin Moin die Herren. Hallo Timi. Hallo Timi. Wie macht das denn? So, jetzt kommt die Crew drehen. Merlin, Glückwunsch mal, Jungs. Hau rein, alles Gute. Alles Gute. So, jetzt geht das los. So, jetzt geht das los. Moin. So, nicht alles Gute, oder was? Morgens vielleicht die Ferien mal sehen, du. Dann fällst das... Grüß mal Arslan von mir. Mein Freund. 19 Minuten habe ich Ihnen die Freundschaft gekündigt. Abgekündigt. Oder aufgekündigt. So, jetzt geht das los hier. Jetzt haben wir alles da. Ja, Trainer auch. Ja, Trainer, alles Gute. Alles Gute. Moin. Alles Gute, komm runter. Trainer, hau rein, Mutter. Hau sie weg.